So, hallo und herzlich willkommen. Ja, leider heute ein sehr trauriges Video. Ich habe jetzt gerade auf der Webseite nachgelesen. Play for Free geht am 14. Juli 2015 und nein, ist es kein April-Scherz. Am 14. Juli 2015 geht Play for Free offline. Es wird endgültig eingestellt laut Webseiten. Man kann das gerne dort nachlesen. Ich will mich bei allen, die bei mir zugeschaut haben bei Play for Free, recht herzlich bedanken dafür, dass ihr so lange dabei gewesen seid. Es ist wirklich sehr, sehr schade. Aber ja, was soll man machen? Ich bin wirklich ehrlich gesagt sehr traurig, muss ich sagen. Ich finde es irgendwie wirklich schade, weil man hat sich da trotzdem irgendwie Freunde aufgebaut durch das Spiel und weiß ich nicht. Mir hat es auch relativ viel Spaß gemacht, also macht es mir nach wie vor, so ist es ja nicht. Aber ja, es ist wirklich sehr, sehr schade. Also ich werde natürlich bis am 14. Juli jederzeit ausnutzen, das Spiel weiter zu spielen. Ich hoffe, ihr schaut mir trotzdem noch zu, auch wenn es, ja, wenn es irgendwie halt einmal enden wird. Kann man leider nichts machen. Sehr, sehr schade, wie gesagt. Aber ich hoffe einmal, euch haben die Sachen, die ich da für euch gemacht habe, Spaß gemacht. Ich werde weiterhin die Waffenwünsche noch fertig ausführen. Solange ich noch welche habe, werde ich sie natürlich spielen. Ja, wie gesagt, ich kann nur noch einmal wiederholen. Es ist wirklich extrem schade, dass das Spiel jetzt wirklich offen angeht. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass das wirklich passieren wird. Aber ich habe das jetzt zufällig gelesen, denke ich mir mal auf der Webseite, was steht da in fetter Schrift geschrieben. Denke ich mir, was kann das sein? Das gibt es ja nicht. Und dann schaue ich da so rein und sehe eben, dass das Spiel offline geht. Ich finde das wirklich sehr schade. Ich meine, einerseits, wir haben noch Zeit bis Juli. Ist noch eine relativ lange Zeit bis dorthin. Aber was ist lang in der Hinsicht auf immer, das ist relativ kurz, kann man so sagen. Also das ist irgendwie schon irgendwie ein Beschiss, ein bisschen. Aber naja, gut, das soll man machen. Die Entscheidung ist gefallen. Man kann im Endeffekt eh nichts daran ändern. Ja, was gibt es sonst noch zum Sagen? Wie gesagt, schreibt irgendwas in die Kommentare darunter, was euch dazu einfällt, was ihr dazu sagen wollt. Wie gesagt, ich freue mich über alle Beiträge dazu. Ich wollte euch nur informieren. Soll da auch der Sinn dahinter sein, das so zu machen auf meinem Kanal. Und ja, freut mich, dass ihr mit dabei gewesen seid. Seid so lange Zeit. Ich werde natürlich, habe ich eh schon gesagt, bis zum Schluss noch spielen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr traurig. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.